Dieser Uber Astra steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 107.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 165 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017